Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem kleinen Letzt-Test der Kategorie Flash-Games. Ich hab mal aus blauem Dunst im Internet gesoffen und vor allem mal dieses wunderschöne Flash-Game gefunden. Es geht natürlich um Fußball und was sonst. Und ich hab hier mal einen kleinen Score schon aufgestellt und wollen das ein bisschen probieren. Und dann hab ich mir gedacht, warum nimmst du das nicht als kleines Test-Dingens für Flash-Games auf? Ich hab euch hier alles ganz schnell mal eingerichtet. Auch mal für mich, um zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir fangen jetzt einfach mal an. Es geht darum, den Ball hier zu fangen. Genau so. Keine Angst, euer Bildschirm ist gerade nicht kaputt gegangen. Ich fail hier gerade nur richtig. Ah, da haben wir nicht fangen. Und, ja, scheiße, ich kann das eigentlich gar nicht. Na, so langsam kommen wir an Fahrt hier. Und genau so muss das ablaufen. Nein! Okay, das probieren wir gleich nochmal. Ja, wir lassen es ja nicht so einfach ins Boxtorn jagen. Ja, da... Haben wir jetzt einen guten Lauf erwischt? Haben wir schon zwei gehalten? Drei sogar, Mann! Ich würd grad sagen, persönlicher Rekord, aber leider haben wir es wieder verkackt. Scheiße, Mann! Ich krieg das nicht. Oh, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Oh, Mann! Jawoll, gib her! Die Pille! Jawoll, das erste Level haben wir quasi completed. Und gleich in das nächste. Es wird immer schwerer, ja? Ähm... Oh, Mann! Das war knapp gewesen. Ja, das schießt, Mann! Oh, haben wir einen Save gerade so noch? Ja, super gefangen. Ein Weltklasse... Ja, ein Weltklasse-Torwart, der allerdings auch mal den einen oder anderen Patzer, äh, kassiert natürlich, beziehungsweise macht. Oh! Zwei Glanzparaden. Und weiter geht es. Jawoll! Ach! Schaffen wir es! Oh! Nein! Der war zu scharf geschossen. Nein, der auch. Oh Gott. Oh Gott! Wir werden verlieren im... Ja, den haben wir noch gerade so gefangen. Och, eine Glanzparade. Ja. Ah, den haben wir doch gekriegt. Nein! Da sind wir. Well done. Mit einem Score von 3200. Wie ihr seht vielleicht, ich habe schon 6600 geschafft. Mann, da hatte ich einen Lauf gehabt. Mal sehen, ob wir das hier nochmal wiederholen können. So garantiert nicht. Vielleicht so auch nicht. Scheiße. Ja, den haben wir noch erfolgreich, äh, aus dem Bild kalter... Katapuliert. Katapuliert natürlich. Oh, fuu. Na, kriegen wir den? Jawoll! Oh, wir haben bloß so einen... Nein! Ah, wir lassen uns aber nicht hier unterkriegen. Ach, Mann, das war eine Glanzparade. Genauso wie da ist es abgewehrt. Na los. Na los. Okay, Konzentration. Ja, und jetzt immer, wenn ich sage Konzentration, dann verkack ich. Was? Den haben wir doch gehalten. Warum war das ein Mist? Oh. Und wir sehen auch, wenn wir... Scheiße. Und wenn wir immer mehr halten, dann bekommen wir auch immer mehr Punkte für jedes Festhalten. Okay. Oh, nur abgewehrt. Scheiße. Dich fangen müssen. Nein. 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 Haha, nein. Der macht uns fertig. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Da brauche ich eine Revanche. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Äh, ich ein Welttorwart, der, äh, keine Arme hat, aber umso größere Hände, hoffe ich. Glaube ich. Ach, genau auf meinen Buch. Oh, bist du ein Loob? Scheiße, ich bin ein Loob. Ah, den haben wir. Komm, den kriegen wir. Jawohl. Und den kriegen wir auch. Ja. Den müssen wir kriegen. Oh Gott. Haha. Oh, ja. Neun von zehn haben wir gehalten. Nein. War ich zu voreilig. Oh. Alter, der haut jetzt hier aber eine... Nein, den haben wir doch fast gehabt. Na, bitte. Der haut jetzt einen nach dem anderen raus. Scheiße. Oh Gott. Wir haben Lust nach einem, ein Leben. Oh, aber wir verteidigen das. Nein. Das kommt noch. Einmal. werden wir auf Rekordjagd gehen, die meisten Bälle zu halten. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Nein. Da war ich zu sicher, dass ich den hab. Aber es geht ja schlag auf Schlag in mein Tor hinein. Oh, ja. Oh, ja. Den haben wir gerade so noch gekriegt. Ach. Zu leicht. Piece of cake, Junge. Nein. Oh. 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 Was war das? Oh, den haben wir doch gehalten. Das war doch kein Mist. Aber manchmal sagt das Spiel, da fick ich dich mal richtig schön. Ähm. Sonst wohin. Aber an der Sprache. Nein. Wir haben Lust ein Leben. Oh, wir haben's geschafft. Den müssen wir kriegen. Jawohl. Oh, gerade so noch. Gerade so noch. Oh, den haben wir doch gehalten. Okay. Oh, den haben wir gut pariert und den haben wir gut gefangen. Und... Oh, nein. Warum ist... Nein. Oh Gott, werden wir es schaffen. Dann, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Nein. Ich hab's gesagt. Ich würde mich demotivieren, um motivierter zu wirken. Aber leider hat das nicht mehr funktioniert. Okay. Jetzt aber volle Konzentration. Wir müssen alles geben, um unsere Torwart-Ehre... Scheiße. Zu zu verteidigen. Nein. Oh, so ein Lulli-Ball. Oh, den Hawaii kriegt. War das knapp. Nein. Wie oft ich hier schon Nein gesagt hab. Ich kann es nicht erzählen. Nein. Und noch einmal. Und den haben wir souverän gehalten. Souverän und... Oh, da hat er sich ein Fauxpas erlaubt. Scheiße. Oh, den hat er sicher pariert. Oh, und oh, den hat er fast gehabt. Fast hat er gehabt. Scheiße. Okay. Ein letztes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. War es den aber doch gehalten? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wir werden es aber schaffen. Wir werden es kriegen. Ja. Wir werden ihn halten. Auch so ein Lulli-Ball. Ja. Ja. Nein, da war ich mir zu sicher, dass wir den halten, aber... Oh Gott. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Oh Gott. Oh Gott, eins muss ich noch spielen. Eins muss ich noch spielen, aber nur noch eins. Habe ich bei den letzten beiden, glaube ich, auch schon gesagt. Aber egal. Okay, das werden wir... Das werden wir jetzt hinkriegen. Wir werden uns jetzt so konzentrieren. Und dass wir mal locker den Tausender hinkriegen. Scheiße. Ah. Aber... Spürt ihr die Anspannung auch? Ach, Scheiße. Diese Anspannung. Oh, ich bin so aufgeregt. Werden wir ihn halten? Ja, wir werden ihn halten. Werden wir den halten? Oh. War das knapp. Oh. Den haben wir geradezu noch gekriegt. Und den... Oh. Puh. Oh. Oh. Ich könnte Porno, äh... Nein, okay. Nein, könnte ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Und... Ah. Fuck. Scheiße. Die kriegen wir... Jawohl. Oh, den letzten Schuss haben wir noch gerade so gehalten. Wir haben 3300 Punkte. Oh, was war das denn für ein Schnitzer? Und... Oh. Nein. Oh. Gesaved. Oh. Nein. Oh, die Bälle prallen hier nur so rein, ey. Ich kann mich... Oh. Gar nicht aufs Regen konzentrieren. Nein. Ui. Scheiße. 3600 Punkte. Ja. Das war es gewesen. Mit dem Flash Player Game. Äh. Wie hieß es nochmal? Smart Soccer. Habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Aber es hieß Smart Soccer. Äh. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Beschreibung für euch. Damit ihr auch mal etwas spielen könnt. Und auf jeden Fall mich schlagen. Ist ja auch nicht gerade so schwer. Aber wir sehen uns vielleicht... Beim nächsten... Let's Flash Game... Whatever. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.